Leute, ich kann wieder aufnehmen, ohne einen Hustenanfall zu bekommen. Herzlich willkommen. Hätte ich vielleicht jetzt nicht im Intro sagen sollen. Ich merke gleich ein leichtes Kratzen gerade im Hals. Aber es ist wirklich schon wieder viel, viel, viel besser geworden. Und jetzt steht halt eine neue Edition vor der Tür. Da wollte ich mich natürlich ein bisschen up to date bringen. Wir zocken Ende der Woche auch schon mit den neuen Karten. Und heute haben wir uns gedacht, ich schnappe mir mal den Kai. Und wir schauen uns zusammen die teuersten Einzelkarten der neuen Eldraine Edition an. Natürlich die teuersten Einzelkarten. Die Karten sind noch gar nicht draußen. Man kann die noch gar nicht kaufen oder handeln. Aber natürlich gibt es da schon so eine Preistendenz, sage ich jetzt mal. Man kann zumindest sehen, welche Karten scheinen da sehr beliebt zu sein. Und ich möchte mit Kai einfach mal darüber reden, warum könnten diese Karten so teuer sein? In welchen Formaten kann man die Karten überhaupt einsetzen? Und ja, was machen die überhaupt? Wie synergieren die mit anderen Karten? Und wie kommt da vielleicht so ein doch recht hoher Preis zustande? Ja, Leute, würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit einer Übersicht. Ich hole den Kai dazu. Viel Spaß. Dann haben wir hier einmal die Übersicht über alle Karten, die wir uns heute anschauen werden. Ich finde, da ist schon eine ziemlich starke Auswahl mit dabei. Also die Karten sind halt nicht nur aktuell die wertvollsten Einzelkarten. Da sind auch ein paar sehr starke Karten mit dabei. Ich würde sagen, wir starten auch einfach mal hier mit der teuersten Einzelkarte. Kai, herzlich willkommen. Besiege the Mirror. Was sagst du dazu? Kai, herzlich willkommen. Besiege the Mirror. Sehr schön. Ja, erstmal eine geile Auswahl, die du da getroffen hast. Also mir gefallen alle Karten da. Und die sind alle so schön, weil es eben so tolle Mythics sind, die auch irgendwie Build-Around sind. Und Besiege the Mirror, teuerste Einzelkarte. Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Also erstmal, die Mana-Kosten sind schon sehr restriktiv. Also du wirst sie jetzt nicht in so einem klassischen zwei- oder dreifarbigen Deck spielen können. Eins schwarz, schwarz, schwarz ist doch schon sehr anstrengend zu casten. Aber grundsätzlich hat so eine Karte immer das Potenzial, gebrochen zu werden. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt so eine Value-Karte ist, die man so grundsätzlich spielt und sagt, hey, das ist doch voll cool, ich suche mir jetzt irgendwie meinen Vier-Drop raus, den ich umsonst casten kann. Es ist eher so eine Karte, womit ich mir vielleicht den einen Ring raussuche. Oder, was ganz interessant ist, wenn man so ein bisschen in Richtung Storm geht oder, sag ich mal, davon profitiert, wenn mehrere Incident und Sorceries gespielt werden, dass sie sich selber raussuchen kann. Also Beseech to the Mirror kann immer wieder ein Beseech to the Mirror raussuchen. Das kann man zum Beispiel mit Young Pyromancer nutzen. Und mit Young Pyromancer castest du den, bekommst einen Token vom Young Pyromancer, kannst den wieder bargainen und so weiter. Also, dass du da irgendwie so deinen Storm-Count irgendwie erhöhst. Also hat definitiv Potenzial und ist wahrscheinlich nicht ohne Grund die teuerste Karte. Aber jetzt irgendwie so meinen Random-Dork damit raussuchen, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Ja, und im Limited, würdest du sie im Limited spielen? Du hast ja schon ordentlich was vorbereitet zu dem Set. Sieht für mich halt auch nicht so. Ja, wobei, ist jetzt nicht die beste, würde ich sagen. Aber man kann halt einen Tutor, könnte man spielen. Ich meine, wir hatten in allen Editionen schon so fünf Mana-Tutoren, so im Uncoming-Slot oder so. Die ja recht ähnlich dann sind im Limited oder im Draft. Die hat man ja auch nicht gespielt, oder? Nee, die hat man überhaupt nicht gespielt. Und meistens, man muss aber davon ausgehen, dass man im Limited ja kein einfarbiges Deck zusammenbekommt. Also es wird in der Regel schon auch sehr schwierig zu casten sein, diese Karte. Gerade im Limited, wo du eben keine Dual-Lands hast. Und dann müsstest du halt auch die Ultra-Bombe haben, die im besten Fall dann allerdings vier oder weniger kostet, damit du wenigstens noch so ein bisschen Vorteil generierst. Wenn du dir damit deinen Sextrop raussuchst und im Prinzip dafür dann zehn Mana bezahlt hast, das funktioniert im aktuellen Limited einfach nicht mehr, weil es auch einfach so viel gutes Removal gibt. Also Adrain ist gerade ein Set, das hat über 50 Removal-Spells. Und wenn du dir dann die eine gute Kreatur raussuchst, die dann halt einfach umgebracht wird, also nee. Das ist, glaube ich, im Limited, ich glaube, ich habe dir eine Sechs gegeben. Ich würde die einfach gar nicht spielen im Limited. Eine Sechs als Schulnote quasi. Ja, ja, genau. Also ich habe jetzt so ein, richtig, ich habe so ein Schulnotensystem. Keine Sechs von zehn einfach als Schulnote ungenügend, ja. Ja, okay, kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Ich sehe die Karte halt auch am ehesten, entweder will man den Ring raussuchen, also vielleicht im Vintage sogar quasi, so Zug eins, The One Ring. Genau, das ist natürlich super. Das ist eine Konvo-Karte irgendwie, habe ich das Gefühl, ja. Oder halt eben im Storm. Damit machst du natürlich, genau, ja. Mit dem Ring machst du ja auch schnell den Karten-Nachteil wieder weg. Also der Ring zieht ja ja super schnell Karten. Und das ist halt auch das Schöne. Theoretisch kann man wie Seas of the Mirror auch dazu nutzen, einen zu groß gewordenen Ring, in Anführungszeichen, dann auch wieder wegzuopfern, damit man eben nicht mehr an seinem, äh, ich verliere so viel Leben-Trigger stirbt. Also das synergiert halt auf mehrere Arten und Weisen miteinander. Das ist schon ganz okay. Stimmt, man kann den Ring sogar wegsacrificen. Auch, dass man mit Besiege sich dieselbe Karte immer wieder raussuchen kann. Ich habe natürlich, als ich die Karte das erstmal gelesen habe, Mana Value vier oder weniger, habe ich an jede Karte gedacht, außer an die Karte selber. Also man kann die ja wirklich... Ja, das ist halt für Storm-Count gut, ne? Das macht die noch besser, die Karte. Also wirklich, ich glaube, eine super starke Kombo-Tutor-Karte. Aber das war's. Vielleicht ein Commander-Deck könnte ich mir die auch vorstellen. Aber wäre jetzt auch nicht die Karte, wo ich sage, oh, die will ich jetzt unbedingt in meinem Commander-Deck haben. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Manche Karten hier sind wahrscheinlich auch nur wegen dem Commander-Format gerade ein bisschen teurer. Besiege, Kombo-Karte. Sehr wahrscheinlich. Interessant. Bin ich mal gespannt, wie die sich entwickelt. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, im richtigen Deck eine sehr starke Karte. Genau, aber das Deck muss um diese Karte gebaut werden. Dann ist sie wahrscheinlich das Centerpiece. Aber in einem normalen, ich sag mal, in einem fairen Deck hat sie in der Regel sehr wenig zu suchen, glaube ich. Ja, ja. Ich würde sagen, können wir so stehen lassen. Können wir mal zum Saul-Cauldron weitergehen. Das legendäre Zwei-Mana-Artefakt finde ich auch nämlich sehr interessant. Da sind wir jetzt preislich aber schon so, ja, weniger als die Hälfte. Also Besiege aktuell, klar, Vorverkaufspreise sind immer sehr hoch. Ich gehe davon aus, dass alle Karten in der Regel billiger werden. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ist immer, ne, aber ich wäre auf jeden Fall vorsichtig. Aber wenn jetzt Besiege gerade bei so 40 Euro steht, der Cauldron ist so bei 16, meine ich, ungefähr. Aktuell, wo wir aufnehmen. Aber das ist auch schon ordentlich, finde ich, für eine Karte aus einer Standard-Edition. Ich meine zwei Mana. Man kann Mana für Activated Abilities von Kreaturen nur so benutzen, als ob es Mana einer beliebigen Farbe ist. Kreaturen mit einer 1-1-Marke auf uns oder auf sich haben alle aktivierten Fähigkeiten. Fähigkeiten von allen Kreaturen, die man mit dem Cauldron ins Exil geschickt hat. Und man kann eben den Cauldron selber tappen, um irgendeine Karte in irgendeinem Friedhof ins Exil zu schicken. Wenn es aber eine Kreaturenkarte war, kann man noch eine 1-1-Marke direkt auf eine Kreatur legen. Also, ich glaube, da kann man halt echt viel mitmachen. Allein im Commander gibt es gefühlt unendlich viele Kreaturen-basierte Kombos, die einfach über aktivierte Fähigkeiten gehen. Irgendwie so Blumentender mit einem Ent-Tab-Effekt kann man unendlich Mana machen. Also, da gibt es wirklich ohne Ende. Ich glaube, das müssen wir gar nicht alles aufzählen. Also, es ist ein sehr guter Kombo-Enabler. Ich glaube, das ist relativ klar. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, brauchen wir die Karte im Standard? Will ich die im Limited spielen? Ich meine, sie ist halt so ein bisschen wie eine Scavenging-Use auf einem legendären Artefakt. Ich finde sie halt irgendwie immer gut in einem Kreaturen-basierten Deck. Man kann die Kreaturen immer stärker machen, eventuell noch einen Bonus-Effekt bekommen, aber auch gleichzeitig den gegnerischen Friedhof angreifen, wenn die irgendwas wiederholen wollen. Reanimate-Decks sind immer sehr populär irgendwo, wenn man eine Atraxa im Format ist. Kann man auch die Atraxa wegnehmen, man kann Flashback-Karten wegnehmen. Man kann ja alles wegnehmen mit dem Cauldron. Also, sehr gute Karte eigentlich, oder? Ja, schon. Schon ziemlich gut. Ja, also ich finde, was ich sehr schön finde an dieser Karte ist, dass sie auf so einer Meta-Ebene einfach einen tollen Flavor hat. Weil das ist wahrscheinlich die Karte aus dem neuen Set, mit der man am meisten breuen kann. Und sie ist halt einfach ein Kochtopf. Also, man kann halt einfach unendlich viele Kombos mit ihr machen. Und die Karte, mit der man am meisten Kombos machen kann, ist halt ein Kochtopf, passt halt perfekt. Also, das haben sie sich sehr gut überlegt. Du hast es gerade schon angesprochen, man kann unendlich viel damit machen. Ich würde sagen, im Limited ist der Effekt zu marginal. Und dafür gibt es einfach zu wenig Kreaturen mit Activated Dabilities, dass sich das lohnt. Beziehungsweise sie wird jetzt im Laufe eines Spiels auch nicht so unendlich viele Plus-Eins-Plus-Eins-Marken legen. Und der Graveyard ist nicht so relevant. In speziellen Decks, in speziellen Metas könnte ich mir vorstellen, dass es eine Sideboard-Karte ist. Das Problem ist ja, dass in den meisten Constructed-Formaten, die jetzt nicht Commander sind, Sideboard-Karten eigentlich sich immer durch, sag ich mal, eine hohe Effizienz auszeichnen. Und sie ist eben in allem, was sie macht, nicht gut. Also, sie macht zwar sehr viele verschiedene Dinge, aber eben nicht hyper-effizient. Also, ich würde zum Beispiel, wenn ich Graveyard-Hate spiele, würde ich irgendwie, was sollte ich, eine Soul-Guide-Lantern spielen? Oder vielleicht eine Layline oder sowas? Anstelle von Agatha's Soul-Cordion. Sie ist dann super spezifisch gut, wenn ich genau Kreaturen exile und den Graveyard vom Gegner angreife und aber selber Kreaturen spiele, die mit Plus-Eins-Plus-Eins-Marken interagieren. Also, da wäre ich vorsichtig mit. Es gibt unendlich viele Kombos damit, was ich besonders mag. Also, ich glaube, es gibt, keine Ahnung, 100 Milliarden Kombos. Du hattest ja auch schon Blumentender erwähnt. Und eine Karte, die ich sehr, oder eine Kombo, die ich sehr, sehr, sehr geil finde, ist eine Kombo, die steht aus drei Karten. Und zwar einmal dem Soul-Cordion, Grist und Metallic-Mimic. Das Interessante ist nämlich, wenn man Metallic-Mimic auf dem Battlefield hat, das ist so ein Lord für einen bestimmten Kreaturen-Typ. Der Kreaturen-Typ, wenn aber eine Kreatur davon das Battlefield betritt, bekommt sie eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke. Das ist relevant für die Soul-Cordion. Das Spannende ist jetzt, wenn man einen Metallic-Mimic kontrolliert und einen Grist im Graveyard hat, der ist im Graveyard eine Kreatur. Das heißt, wenn man den mit der Soul-Cordion exiled, bekommen alle Kreaturen mit einer Plus-Eins-Plus-Eins-Marke alle Activated Abilities von diesem, also auch von diesem Planeswalker. Das heißt, man kann Metallic-Mimic aktivieren und ein Insect machen. Dieses Insect bekommt dann dank Metallic-Mimic eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke, weil man Insect genannt hat. Und das hat dann auch wieder die Grist-Fähigkeit. Also man kann quasi Infinite Planeswalker machen damit. Okay, das ist wild. Das klingt auch beim ersten Mal hören, klingt das so wie, geht das wirklich? Ist das richtig? Aber ja. Eigentlich, das ist nicht richtig, aber da steht nur All Activated Abilities. Und Loyalty Abilities von Planeswalkern sind Activated Abilities, die theoretisch nur Planeswalker haben. Aber da Grist zufällig auch eine Kreatur im Graveyard ist, richtig nice. Also man kann mit der wirklich, man kann mit der Infinite Mana im Standard machen. Infinite Mana im Standard, das kann auch theoretisch broken sein. Also da kann man einiges brunnen. Da geht doch mehr, als ich dachte. Weil ich hätte jetzt spontan gesagt, vielleicht ist die Karte vom Preis auch so ein bisschen überschätzt. Boah, da bin ich mal wirklich gespannt, wie die sich entwickelt. Weil vielleicht ist das doch eine Überraschung und die ist dann richtig, richtig stark. Boah, schauen wir mal. Ey, das wird wirklich interessant, oder? Ja, aber ich sehe sie tatsächlich eher auch so im Kombospektrum. Also eher so bei Beseed to the Mirror als tatsächlich als starke Karte, was jetzt zum Beispiel den Graveyard angreift oder was irgendwie besondere Kombos mit Activated Abilities macht, wenn es dann nicht direkt wirklich eine extrem krasse Game-Winning-Kombo ist. Also bin aber auch mal gespannt, wo die Soul Cauldron so am Ende landet. Mhm. Was sagst du denn zur Kavallerie daneben? Ich meine, ich glaube, die können wir relativ schnell abhaken, dass das eine recht teure Einzelkarte ist. Erkennst du da vielleicht einen alten Bekannten drin wieder in der Karte? Ja, wir werden jetzt nicht mehr gehooft, wir werden jetzt geshakt. Also das ist Crater Hoof Behemoth, ein Wald. Sehr ähnlich, gleiche Mana-Kosten, sehr ähnlicher Effekt. Also im Prinzip kann man sagen, naja, wenn wir ein einigermaßen entwickeltes Board haben mit der Moonshaker Cavallerie und dann legen wir eine Kreatur, die allen unseren Kreaturen plus X, plus X und Flying gibt, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist, die wir kontrollieren, dann haben wir sehr wahrscheinlich das Spiel gewonnen. Man will sie halt nicht hardcasten. Crater Hoof Behemoth ist auch eher so eine Karte, die spielt man entweder mit vielen Elfen oder Natural Ordered Indie oder Reanimated D. Das will man mit Moonshaker Cavallerie auch, weil bis 8 Mana, da kommt man in der Regel in einem Constructed-Format halt nicht unbedingt hin. Ja, das ist halt echt nicht so einfach. Hast du das Gefühl, dass wir die Karte denn im Standard sehen? Weil für mich persönlich ist das halt eine klassische, ja, Commander-Karte. Ich weiß halt, so Elfen-Decks, die eben Crater Hoof spielen, brauchen halt nicht den weißen Crater Hoof. Man hat halt den grünen Crater Hoof. Ja, im Commander ist es halt wirklich einfach eine super starke Einzelkarte. Ich meine, wenn man jetzt Celestin ja Token Commander spielt, da kann man ja einen Crater Hoof und einen Moonshaker spielen. Warum nicht drehen beide, aber, ne, also ich weiß jetzt nicht. Für den absoluten Overkill. Genau, da kann man direkt beide, ne, Tooth and Nail auf beide und dann hat man direkt die komplette Kombo, wenn man dann ganz auf Nummer sicher gehen will. Aber ich denke mir halt im Standard, ich weiß nicht, also 8 Mana Sachen casten ist schwierig eigentlich. Nee, ich glaube eher nicht. Also Crater Hoof Behemoth war ja, als es Standard legal war, nur so gut, weil es halt super viel Self-Mail gab. Eben zum Beispiel über State of Wayfinder und so weiter. Und es gab an Burial Rides, also einen Reanimate Spell, den man sich in den Graveyard mühlen konnte und dann konnte man eben für 4 Mana Crater auf Behemoth casten. Das gibt's jetzt so in der Form im Standard nicht. Und Hardcasten für 8 Mana bis dahin haben dich in der Regel die schwarzen Decks ziemlich sicher zerstört. Insbesondere sind ja auch einfach sehr viel Removal unterwegs. Schwarz-Blau ist das meistgespielte Deck mit super viel Removal. Was hab ich davon, wenn ich einen 8-Rub auf der Hand habe, den ich irgendwann cast, aber vorher hat mir das schwarze Deck halt mein ganzes Board kaputt gemacht. Dann bringt mir das auch nichts mehr. Also, die Karte ist gut, aber ich glaube tatsächlich auch eher, dann wir für Commander, für weiße Decks, die gerne so einen Overrun-Effekt hätten. Denke ich halt auch, mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen. Ist die Kavallerie in irgendeinem Format legal, in dem man keinen Crater Hoof spielen kann? Zum Beispiel, könnte das interessant für Pioneer sein, zum Beispiel? Ich glaube, Crater Hoof ist nicht pionierlegal, oder? Ich glaube auch. Ich glaube nicht. Vielleicht ist das ja dann noch eine Möglichkeit. Aber ich denke mal, also garantiert eine gute Commander-Karte. Da sind wir uns einig. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht Pioneer könnte vielleicht funktionieren, ja. Vielleicht. Ich meine, können ja auch mal alle, die gerade zuschauen, einfach mal Kommentare dazu da lassen. Wo seht ihr die Karten? Vielleicht übersehen wir ja was. Wie sieht es denn bei den fünf Virtues aus? Bevor wir gleich zu den teuersten Rare-Karten der Edition kommen. Unten, ja, also wirklich die volle Auswahl, würde ich jetzt mal sagen. Das sind auch sehr solide Karten. Ich glaube, einen Teil werden wir im Standard sehen, einen Teil nicht. Aber ich lasse dich mal vorlegen, Kai. Welche gefällt dir denn am besten? Fangen wir doch mal so an. Welche gefällt mir am besten? Aber das ist natürlich, naja, ich würde versöhnlich die Virtue of Loyalty wählen. Wenn es am besten ist, also mich interessiert natürlich am meisten die Limited Playability von den Karten. Und da muss ich sagen, ist der weiße Virtue einfach unschlagbar. Also ein Fünf-Mana-Enchantment, das in jedem Endstep von dir eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf jede deiner Kreaturen legt und sie auch noch antappt. Also den Pseudo-Vigilance gibt. Das ist einfach nicht besiegbar. Aber das ist nicht ausreichend, denn wir haben noch ein Adventure da drauf. Alle diese Virtues haben ja ein Adventure. Und da kriegen wir auch noch für zwei Mana einen Instant-Speed 2-2-Night mit Vigilance. Perfekt. Ja, genau. Dann hat man zumindest auf jeden Fall die eine Kreatur, auf die man dann auch noch die Marken legen kann. Also für mich ist das... Ich habe sie auch in meiner Set-Review 1 Plus mit Sternchen- und Bärchenstempel bewertet. Ja, verdient. Ja, die hat den Bärchenstempel verdient. Finde ich sehr, sehr toll. Also ich denke mal, das ist so meine Lieblings-Virtue. Weil ich das im Limited mag. Im Constructed. Ja, sind die halt so... Haben die halt alle so krasse Mythic-Effekte. Aber eher so ein bisschen Commander-mäßig, würde ich behaupten. Also fast alle. Die schwarze Virtue, Virtue of Persistence, ist auch noch sehr, sehr gut im Limited. Also wir haben einmal ein Sorcery-Speed-Removal. Das killt sehr, sehr viele Kreaturen. Minus 3, Minus 3 ist ganz gut. Und 2 Leben kriegen ist auch ganz nett. Sodass man eben auch bis zu den 7 Mana kommt, um dann das Enchantment zu legen. Und das Enchantment ist dann so eine Art Sheol-Dread-Effekt. Jeder Abgieb von mir kann ich eine Kreatur aus einem Graveyard unter meiner Kontrolle ins Spiel bringen. Das ist auch etwas, was man im Limited definitiv nicht schlagen kann. Aber dann wiederum die Frage gestellt, naja, also im Standard ist es auch schon so hypereffizient, dass ich, glaube ich, kein 7 Mana Enchantment legen möchte, was erst in meiner nächsten Upkeep was macht. Also da wird es dann wahrscheinlich bei den Virtues, da kommt der Value, du hast ja hier die teuersten Einzelkarten hingestellt, wahrscheinlich eher aus der Commander-Playability. Denke ich halt auch. Also ich sehe das genau wie du, die weiße, das weiße Enchantment will ich sofort, wenn ihr jetzt hier irgendwie Pre-Release spielen solltet, man sieht die weiße Virtue, Bombe wird sofort gespielt. Ultra gute Karte. Absolut, ja. Schwarz finde ich auch ziemlich gut. Gefällt mir wahrscheinlich im Commander tatsächlich noch ein bisschen besser als im Limited. Aber ich meine, alleine im Limited zwei Mana, Hexerei, eine Kreatur kriegt minus drei, minus drei, du kriegst zwei Leben. Das ist ein gutes Limited-Removal. Selbst wenn ich das nur für die eine Hälfte spiele, finde ich die Karte tatsächlich noch ziemlich gut. Also schwarz ist auch super. Und die anderen sind halt sehr speziell. Die grüne kann man im Limited auf keinen Fall spielen. Dieses, deine Standardländer machen dreimal so viel Mana. Ja, da steht halt ein Commander drauf. Ja, vor allen Dingen auf Turn 7. Ja, genau. Ich meine, Turn 1 wäre das ein gutes Enchantment. Turn 7 ist es dann relativ egal. Ja, genau. Das ist halt für, ich mache unendlich viel Mana, Commander, Combo-Deck quasi. Da gibt es ja auch viele solche Effekte, wo man dann mehr Mana machen kann. Ist solide. Die blaue Karte ist halt ein aufgemotztes Panamonicon. Ich meine, wir kennen das aus der letzten Eldraine-Edition. Die Adventure-Karten sind halt einfach gut in der Regel, weil es immer zwei Karten auf einer sind. Und deswegen sind die ja einfach immer gut. Also auch wenn wir jetzt sagen, die ist so ein bisschen schlechter irgendwie, aber in einem Commander-Deck sind immer zwei Karten auf einer. Also das ist eigentlich immer gut. Und wenn man halt so ein Ender-the-Battle-Field-Deck spielt, das blaue Virtue, ja, kann man halt auf jeden Fall zocken. Gibt es ja jetzt in letzter Zeit super viele solche Effekte. Sei es jetzt Elesh-Norn oder eben das Panamonicon. Das ist super viel gedruckt worden. Also ist jetzt gar nicht mal so besonders, wie ich sage, in der Karte. Gandalf. Genau, also gar nicht mal so speziell. Und die rote Karte haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ich glaube, in einem Burn-lastigen Commander kann die extrem gut sein tatsächlich. Weil zwei Mana, zwei Schaden schießen ist immer nett. Man Mana-Elfen abschießen oder irgendwas in die Richtung kann man immer machen, auch im Commander. Und dann später, wenn man genug Burn-Spells hat, ist halt immer, wenn eine Quelle nicht Kampfschaden an einem Gegner macht, darf man genauso viele Karten von seinem Deck exilen und die Karten dann eben spielen. Also jeder Burn-Spell wird halt so zwei, drei Lightning-Ball für drei neue Karten. Und wenn dann eben in den neuen Karten wieder ein Burn-Spell ist, kann man halt so lange burnen, bis einem das Mana ausgeht quasi. Also burn, neue Karten, burn ist dabei. Und dann schießt man die ganze Zeit Burn-Spells. Und wenn man dann vorher noch irgendwie ein gutes Mana-Ritual oder sowas hatte, also dann kann die Karte halt richtig gut sein. Irgendwie so Isid Spellslinger zum Beispiel. Da sehe ich das rote Enchantment halt auch. Aber das war's dann halt auch. Wieder sehr spezielle Commander-Karte. Kann aber sehr stark sein. Ich schätze mal, die werden auch alle so ein bisschen vom Preis fallen. Ich glaube, das sind so solide fünf Euro Enchantments, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ich finde das immer so ein kleines bisschen schade. Also ich verstehe das natürlich total, dass man irgendwie sagt, naja, wir müssen halt auch irgendwie viele Commander-Karten drucken, weil eben Commander so beliebt ist. Ich finde das halt so ein bisschen schade, dass gefühlt so ein bisschen das Limited drunter leidet, wenn man dafür sorgt, dass... Ich meine, es gibt halt 20 Mythics in dem Set. Und viele davon, also ich habe so immer das Gefühl, oh, wenn ich eine Mythic im Limited aufmache, im Draft oder im Seed oder so, dann denke ich mir so, oh, das ist super selten. Das muss doch jetzt richtig gut sein. Ich möchte die spielen. Und ich werde relativ häufig enttäuscht. Also weil Besiege the Mirror, klar, okay, da freut sich zumindest der Geldbeutel. Okay, da kann ich halt nicht sagen, okay, das nimmt man mit. Für das Event ist das jetzt nicht die Karte, die man zu spielen haben will. Soul Cauldron spiele ich nicht. Ich spiele wahrscheinlich den grünen Virtue nicht, den blauen Virtue nicht. Den roten Virtue, den spiele ich nur für das Instant, also nur für das Adventure. Dann habe ich halt einen Schock. Aber das ist halt auch nicht das, was ich mir von so einer Mythic-Karte, die ich dann mal vielleicht super selten aufmache, wünsche. Ja, bisschen schade, aber trotzdem natürlich umso besser. Du hattest es gerade gesagt, in einem Burn-lastigen Commander mit Rituals oder so, kann man da ohne Probleme mal Infinite gehen. Oder man spielt halt mal so einen Pinger, so ein 3-Mana-1-1er, der tappt für einen Schaden oder so. Tappt für eine Karte auf einmal. Tappt für eine Karte, genau, richtig. Das ist ja schon sehr edel. Dafür natürlich erfüllt halt seinen Zweck sehr, sehr gut. Und wird auch, diese Virtues sind halt alle stark genug, um richtige Roleplayer in den dafür vorgesehenen Decks zu sein. Ohne Frage. Also sowohl das Panamonikon, als auch dieses Ich-Triple-Mein-Mana, als auch Ich-Zie-Karten für Non-Combat-Damage, ist mega stark für Commander. Ja. Aber halt nicht ganz so relevant fürs Limited dann. Ja. Ich finde auch, auch wenn es jetzt hier um die teuersten Einzelkarten geht, muss ich dir aber auf jeden Fall recht geben. Also ich kann nur zustimmen, viele Commander-Karten. Ich meine, wir hatten jetzt gefühlt vor einem Monat Commander Masters. Das war ja eine dedizierte Commander-Edition. Da hätte man das vielleicht noch so ein bisschen aufteilen können. Aber das ist ein anderes Thema. Würde ich sagen, schauen wir uns jetzt hier noch die teuersten Rare-Einzelkarten an. Die sind jetzt aktuell so, ja, so im 7-Euro-Bereich, um mal hier eine Zahl zu droppen. Ich muss aber sagen, die sind jetzt nicht schlecht auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir starten mit dem Bunnycorn, weil es auch einfach sehr lustig vom Flavor ist. Rabbit und Unicorn, also sehr geile Kreaturentypen. Aber das Ding, das könnte rein scheppern, ne? 2 Mana XX, Stärke und Widerstandskraft ist gleich der Anzahl an nicht-Land-bleibenden Karten, die man kontrolliert. Also wenn man da mal einen Treasure-Token, einen Clue-Token irgendwie nebenbei, oder Food-Token in Eldraine. Ja, ja. Das kennen wir ja vom letzten Eldraine. Da liegen da manchmal 3, 4, 5 Food-Token rum. Dann noch mit ein paar anderen Kreaturen. Das Bunnycorn ist halt mal ganz oft so 2 Mana 6-6. Vielleicht. 2 Mana 5-5. Kann man in einem Agro-Deck spielen. Das ist so ein bisschen wie ein Nicht-Unter... Also Tamu-Golf war ja mit dem Friedhof so die lebendige Märchen-Version vom Tamu-Golf, würde ich mal sagen. Die fröhlichere Version. Genau, das trifft es perfekt. Das ist doch eine gute Karte, oder? Oder bilde ich mir das ein? Ist nicht schlecht. Ich finde auch, ich finde auch, Rabbit-Unicorn ist definitiv besser als Lurgolf, als Typzeile oder so. Ja. Ich muss mich allerdings ein bisschen wundern, oder ich wundere mich ein bisschen, dass diese Karte teuer ist. Weil ich habe so das Gefühl, dass in modernem Constructed eine Karte, die einfach nur Raw Power hat, einfach nicht mehr gut genug ist. Also ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, wo die, in welchem Format jetzt außerhalb von Commander möglicherweise, wo die stark sein soll. Weil die hat keine Form von Evasion, die zieht keine Karte, die hat kein Trample, die stirbt an Fatal Push. Und wenn man sie auf 2 legt, stirbt sie auch an von mir aus Lightning Boid oder Shock, weil man so viele Non-Land-Permanents noch gar nicht auf dem Battlefield hat. Also dadurch, dass sie eben nicht direkt was macht, wenn sie das Battlefield betritt und einfach nur in Anführungszeichen Raw Power, also nur gute Stats aufweist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die irgendwo gespielt wird. Das ist interessant. Ich meine, das ist ja das gleiche Problem, das Tarmogolf in der Zwischenzeit auch hat. Also Tarmogolf ist ja auch so ein bisschen aus Modern rausgeekelt worden, weil jetzt eben Two-Drops übernommen haben, die schon was machen, wenn sie das Battlefield betreten. Oder eben dann nicht mehr an Fatal Push sterben, wie zum Beispiel Merc Tide Region, kostet zwei Mana, aber naja, irgendwie auch sieben und deshalb nicht mehr an Fatal Push sterben. Deshalb glaube ich, sehe ich da nicht so wirklich ein Zuhause für Regal Bunnycorn. Aber in der Regel hat die Mehrheit ja recht. Und wenn Card Market sagt und sozusagen die Leute alle sagen, naja, Regal Bunnycorn ist halt die teuerste Rare im Set, weil sie sieben Euro kostet, dann wird das schon seine Daseinsberechtigung haben. Und da muss ich mich wahrscheinlich eines Besseren belehren lassen. Für mich persönlich fehlt da irgendwas drauf. Das kann ich aber auch gut nachvollziehen. Ich meine, wir hatten das auch schon oft in der Geschichte von Magic. Deswegen sagen wir ja auch immer, man sollte sehr vorsichtig sein mit diesen Preisen, bevor die Edition raus ist. Ja, kann auch eine Woche dauern. Auf einmal sagen die Leute, oh Mist, die Virtue, die wir eben gesehen haben, die war doch super krass in dem einen speziellen Deck. Und dann ändert sich das. Dann flippt sich die Preistabelle einmal von oben nach unten quasi. Das kann halt auch wirklich passieren. Und ich meine, der einzige Vorteil von Bunnycorn, dass wirklich nicht Land-Permanents gezählt werden. Also gerade zwei Mana-Kreaturen, die unten XX haben, dann gleich der Anzahl der Kreaturen, die man kontrolliert. Da gibt es ja schon ohne Ende sowas in die Richtung. Das Bunnycorn ist halt auch nur so ein Ticken besser als die Karten, die wir schon kennen. Man muss aber auch dazu sagen, das Bunnycorn ist erst richtig gut, wenn man auch schon viel im Spiel hat. Also nach dem Motto, wenn man viel hat, kann man auch weit vorne sein, braucht man dann noch eine große Kreatur. Anders als der Tamo-Golf, nach einem Mass-Removal ist der Tamo-Golf immer noch 4, 5, 5, 6, weil er sich den Friedhof anschaut. Das Bunnycorn, das ist dann wieder 1, 1. Macht man kaputt. Tamo-Golfs, die nachkommen, die sind immer stark. Und jetzt hast du schon gesagt, Tamo-Golf ist auf Competitive-Ebene einfach nicht mehr stark genug. Also wenn, sehen wir das Bunnycorn im Standard, würde ich auch sagen. Man kann natürlich auch Land, Mox, 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 Mox im Vintage machen und Zug 1, 5, 5 Bunnycorn. Okay, klar. Ich weiß nicht, ob das mit Zug 1 The One Ring oder so mithalten kann. Können schwierig werden. Genau. Also ich hätte mir für das Bunnycorn vielleicht noch so ein Ward 2 oder sowas, oder Ward 1, sagen wir mal. Also irgendwas, was es zumindest ein bisschen ineffizienter macht, es einfach zu killen. Das wäre vielleicht noch ganz schön gewesen und würde dem ein bisschen guttun, aber naja. Da bin ich wirklich super gespannt, wie die sich entwickelt. Schauen wir vielleicht noch mal rein. Dann die letzte Karte für heute. Den finde ich aber wirklich, also persönlich, genau meine Farbkombination. Ich würde sagen, der ist auch Golgari. Du bist doch vertraglich dazu verpflichtet, zu sagen, dass die Karte geil ist. Das steht im Vertrag drin. Das ist, wenn man Golgari-Gilde, Teil der Golgari-Gilde, dann muss man das immer schön reden. Aber der Mosswood Dragknight, komm, der ist doch wirklich gut. Jetzt haben wir eben gesagt, Adventure-Karten sind tendenziell schon immer gut, weil es zwei Karten auf einer sind. Der Dragknight geht aber so weit, wenn man quasi Zeit und Mana hat, kann man den unendlich lange auf Abenteuer schicken. Der kommt gar nicht mehr nach Hause nach den Abenteuern. Der kommt immer, immer wieder aus dem Friedhof wieder in die Adventure-Zone quasi. Man kann jedes Mal eine Karte nachziehen und im schlechtesten Fall ist er zwei Mana, drei, zwei Trampel. Also, ich weiß jetzt auch nicht mehr, Kai. Wenn der jetzt nicht ganz gut ist, dann weiß ich auch nicht. sehr liebig ist er auf jeden Fall. Ja, ja. Und die Karte finde ich auch tatsächlich zehnmal besser als das Bunnycorn, weil die wirklich was macht. Also, wenn die an einem Removal stirbt, dann habe ich halt, das Schöne hier ist, du hattest es ja gerade schon erwähnt, dass man immer wieder wechseln kann von Adventure, Graveyard und so weiter. Man kann es bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Genau. das ist halt nicht irgendwie sozusagen, wenn der Gegner überraschungsmäßig deinen Mosswood Dreadknight killt und dann sagt, ja, haha, jetzt hast du aber nicht mehr irgendwie die Zeit, das zu machen. Nee, das kannst du auch noch in deinem nächsten Zug machen. Also, da wirst du immer wieder Mana haben, um Dreadwhispers, also das Adventure zu spielen und eine Karte zu ziehen. Also, genau wie du gesagt hast, der zieht unendlich viele Karten und der nervt den Gegner auch. Also, ganz ehrlich, ein 2-Mann-3-2-Trample ist ja noch nicht mal ein schlechtes Deadline. Ja. Sogar ein relativ, relativ solides Deadline. Hard advantage, das Ganze auf einer sehr günstigen Kreatur. Also, hier kann ich verstehen, warum die Karte teuer ist. Das ist für mich, wäre für mich die teuerste Ramp-Set, weil ich die auf jeden Fall in vielen, äh, ähm, ich sag mal, in vielen Decks sehe. Ein kleiner Nachteil ist, dass das ein Die-Trigger ist. Also, du kannst den Mosswood Dreadknight jetzt nicht zum Beispiel millen, ja, also du kannst nicht millen und den dann sozusagen nochmal für einen Zug lang als Sorcery aus dem Adventure casten. Er muss wirklich sterben, also er muss vorher gecastet worden sein, damit das funktioniert. Aber dann, wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte er auch das schon das Potenzial, broken zu sein. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass da noch das Die draufsteht. finde ich. Ja, finde ich. Ein Dredge-Kandidat nachher geworden, mit ich mir selber. Ja, ja, vielleicht. Ja, ja, genau. Er ist wirklich interessant. Der könnte tatsächlich gut performen, glaube ich. Halt auch im Standard, also definitiv im Standard. Ich weiß nicht. Ja, den finde ich super. Gibt es irgendwo noch Adventure-Decks irgendwie im Pioneer oder irgendwie sowas? Weil dann könnte der da auch noch relevant sein. Aber ich glaube, sonst werden wir ihn halt auch nicht außerhalb vom Standard sehen. Klar, in jedem Adventure, Eldraine Commander, der kann man den spielen, super solide halt. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Kandidat fürs Standard, oder? Ja, ja, da bin ich. Und fürs Limited, oder? Also Limited würde ich den auch mitnehmen, auf jeden Fall. Limited ist ja auf jeden Fall eine Bombe. Den habe ich sehr gut bewertet. Den solltet ihr auf jeden Fall picken im Draft und auf jeden Fall spielen im Sealed. Natürlich ist er immer besser, wenn man schwarz-grün ist, aber zur Not kann man auch einfach nur die grüne Seite spielen, was immer noch okay ist. Zwei-Mana-3-2-Trample. Ich bin mir relativ sicher, dass man den im Standard sehen wird, sofern halt schwarz-grün unterstützt wird. Also im Standard muss er schon wirklich auch beide Seiten haben, damit er gut genug ist. Aktuell ist es ja eher so ein schwarz-blau dominiertes Standard-Meta, aber vielleicht ist er halt stark genug, um das ein bisschen zu shiften. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, vielleicht kann man ja wirklich sehr grindige Decks spielen. Man hat halt schwarz-blau, man macht vielleicht so Sultai-Midrange raus. Man kriegt ja auch die neuen Kreaturenländer, also die Dual-Länder, die zu Kreaturen werden können. Damit kann man wahrscheinlich auch ein recht wirklich sehr ergiebiges, grindiges Midrange-Deck machen. Vielleicht so Richtung Sultai. Wer weiß. Mal gucken. Mal gucken. Also ich werde wahrscheinlich als erstes Absahn mit dem Bunnycorn einfach antesten, weil ich wissen will, was das Bunnycorn kann. Und was willst du, was ist so zum Abschluss, was wirst du als erstes im Standard zumindest testen? Was interessiert dich persönlich? Ganz Fairies. Ich werde auf jeden Fall Fairies testen. Davon ist jetzt gerade hier leider keine dabei, aber es gibt sehr schöne Fairy-Support in Blau-Schwarz, auch im Kammen- und Ankammen-Bereich sind sehr viele schöne Karten dabei. Ich glaube, das wird das Erste sein, was ich versuchen werde. Ich mag Fairies, ich mag den Tempo-Aspekt, den Fairies haben und ich glaube, das wird so die erste, das wird so mein erstes Standard-Deck sein, was ich testen werde. Genau, und jetzt nur, weil hier ein paar Karten nicht dabei gewesen sind, heißt das ja auch nicht, dass die Karten oder Arc-Types irgendwie schlecht sind. Es gibt ja so gute Karten für die Fairies, einfach der Discard und die Ein-Mana-Spells, da sind so gute Karten mit dabei und ja, umso besser, wenn man halt gerne zocken möchte, dass die Super-Karten oder die Karten, die man sehr oft braucht, super oft braucht, eben nicht so teuer sind. Das ist ja völlig in Ordnung, dass hier unten die paar Commander-Einzelkarten sind, dann kann man sich vielleicht ein schönes, preiswertes Standard-Fehendeck bauen und dann ist das doch eigentlich ganz nett, oder? Würde ich gerade mal das so stehen lassen. Ja Kai, vielen Dank hier für deine Einschätzung zu den Karten, hat richtig Spaß gemacht. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt und quatschen wir vielleicht demnächst nochmal drüber, ne? Bis dann. Tschüss.